Am 14. Juni, also heute, ist international der Weltblutspendetag. Seit 2004 wird am Geburtstag vom Entdecker der Blutgruppen, Nobelpreisträger Karl Landsteiner, dafür geworben, freiwillig Blut zu spenden. Allein in Deutschland werden pro Tag durchschnittlich 15.000 Blutspenden benötigt und damit die medizinischen Einrichtungen diesen großen Bedarf decken können, sind sie auf jede einzelne Blutspende angewiesen. Der Aktionstag zur Blutspende soll dazu dienen, die Spender zu ehren, ihnen zu danken und erneut zu Blutspenden aufzurufen. In Deutschland und in anderen europäischen Staaten kann sich jede Person zwischen 18 und 68 Jahren zu einer freiwilligen Spende entschließen. Wer gesund ist, darf sechsmal im Jahr je 500 ml Lebenssaft geben. Blutspende ist sehr wichtig und kann für jeden Menschen der entscheidende Faktor sein, wenn es ums Überleben geht.